Hallo und herzlich willkommen liebe Freunde zu einer neuen Folge TDT mit den verrückten Teddy. Moin moin und hallo. Der Kazoo. Hallo. Der Queen of Madness. Hallo. Earthquark. Okay der sagt nicht hallo. Hat Mikro aus. Hallo. Moin moin. Dann erstmal Waffe wegwerfen und Flutterfighter. Hallo. Moin. Gibi. Und Mindjack4000. Der auch nichts sagt. Ja damit ist die Runde freigegeben Leute. Tötet euch. Habt viel Spaß. Geil. Ich töte mich jetzt. Oh ja. Dieses das Hallo sagen, das ist das Reverein. Also gut macht heute her Fun. Oh ne Sniper. Oh ne Sniper. Ist schon jemand gestorben? Mhm. Wer war's? Oder auf jeden Fall mit ner Shotgun. Wow wow. Achso. Wow 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 Katsu. Was? Wir sitzen schon wieder mit dem Ding jetzt rum. Was? Bist du jetzt mit ner Shotgun? Ich mag das nicht so, wenn Mädels an mir so nah dran sind. Kannst du dir gerne hinschmeißen und siehst, dass ich's mal nicht geschossen hab? Ah was ist das blieb? Ja ich bist denn hier rein. Wir sind so viele Leute auf einmal. Wir sind so viele durch. Katsu, Mila. Kann fliegen wie die Sonne über Fujiyama. Hä? Warum denn? Immer werd ich geärgert. Niemals. Jawohl. Von wem? Ja von dir und den anderen. Ich mob doch gar niemanden. Und alle. Ich spiel jetzt seit zwei Runden mit. Ich glaub nicht, dass du von mir geärgert wirst. Doch. Doch. Das reicht schon. Das reicht, dass du da bist. Alles klar. Wir haben so der armen Scrawley-Mordies. Ah ich bin das ja gut. Mal da haben wir schon mal jemanden gefunden. Hallo. Ach und um mir geht's gerade in ne Schießerei. Ah okay. Da ist ein Tode. Ich identifiziere ihn schon. Loll. Den packen wir jetzt erstmal weg. Tief ist tot. Du. Er hat's geschafft. Dann hol ich ihn mir einfach wieder. Ich kann mich nicht unterlegen, Mama. Ey, wollt ihr mal den bitte hier... Wollt ihr mal bitte hier rausgehen, alle. Aber allesamt. Ich möchte hier den... Alter, warum werd ich ange... Tot. Gilt auch für dich, dass du hier rausgehst, Queen, bitte. Sonst muss ich böse Dinge veranstalten hier. Oh ja. Geht das? Die Tür kann man nicht zu machen, okay. Das Schlimmste, was du mit Queen machen kannst, ist einfach zu erholen. So, auch weggelegt. Atta, was machst du hier drin jetzt? Willst du mal nen Abgang machen hier? Okay. Hier liegt noch eine tote Leiche. Ja, Dean, wollte ich gerade resten. Geh mal raus hier. Und Queen, du gehst bitte von der Tür weg. Ich mag das nicht, wenn du da direkt davor stehst. Da steht aber noch einer direkt vor der Tür. Ja, das ist Atta. Den will ich ja auch rausschicken. Du stehst direkt in der Tür. Und hier ist noch Queen. Und hier ist nochmal Mindjack. Und hier ist nochmal Mindjack. Und hier ist nochmal Queen. Hey, hey, hey. Da ist noch jemand. Runter, da bitte. Runter, alle weg hier aus dem Haus. Ich möchte hier resten. Ansonsten nehme ich einfach die Leiche mit. Komm. Ja, ich beschütze dich doch, damit ihr nicht rein könnt. Ich guck doch mal nicht da hin. Nichts da. Tschüss. Händ ist ein Sniper, der schießt. Es ist Teddy. Nee, Fighter. Flutterfighter ist das. Ja, ich hab einfach mal alle Namen gesucht, die mir eingefallen sind. Hey, hier ist noch ein Tode. Ja, ich resets jetzt erstmal. Also Teddy, wir machen das jetzt, okay? Du bist jetzt mein Mate gleich. Los geht's. Hast du ne Waffe oder brauchst du eine? Komm, ich geb dir ne Rifle hier. Ich hoffe, du kannst mit dir umgehen. Wie mit der Probar. Okay. Okay, einer ist tot. Du warst nicht du jetzt. Na? Warte. Nee, ich leb noch. Also ich bin nicht tot. Ja, das ist okay. Ist okay. Äh, du? Ey, Alter, Teddy kann schießen. Warum schießt du? Alter, Teddy kann schießen? Ja, weil du wahrscheinlich ihn getötet hast, ne? Wäre das möglich? Kann gar nicht sein. Nein. Also da er 100% innocent ist. Lass ich ihn jetzt einfach mal machen, sonst werde ich ja dann sehen. Äh, hier brennt irgendwas. Habe ich doch gesagt! Brenngranate! Überall Blut. Blut du du du. Wer hat denn jetzt da oben überlebt zwischen Teddy und, äh, Ding? Das wollen wir mal rausfinden. Ah, okay. Unser Trader hat nicht überlebt. Teddy hat überlebt. Sehr gut. Gute Arbeit. Wir haben den Trader eliminiert. Stopp! Du bleibst stehen, Kiste. Geh ich andersrum raus. Jo. Jo. Wer war denn da? Wer war denn der andere? Jo. Green. Ach, Green. Ja, warum nicht? Und Atta hat die Mannschaft von ihnen. Und ich hab drei andere geholt. Und ich hab mich doppelt. Doppelt, doppelt, doppelt. Wer hat mich eigentlich erschossen? Ich. Warum? Weil ich Trader war? Das ist doch doof. Nein! Ich hätte mich beim ersten Mal schon holen müssen. Du hattest keine Waffe in der Hand, ey. Jawohl. Danke schön. Moin, moin. Was denn? Was wolltest du? Die, die, die Rifle, ne? Jo. Ja, die wollte ich nicht deswegen. Wobei hier oben auch noch eine, glaube ich, liegt sogar. Ja, aber ich finde die Rifles mega awesome, deswegen will ich die immer haben. Okay. Ja, du musst sie zu mir kommen. Ich hab's doch schon. Ich. Brauch deine Rifle nicht mehr, Alter. Meine ist doch schöner. Nein, nein, nein. Meine ist, äh, AWP Asimov-Warsch. Wer hat eine AWP? Ich? Ich. Ich bin unsichtbar für mich. Ja. Ich bin Trader. Komm und hol mich. Boah! Boah! Und das wird hier drin stehen, das weiß ich jetzt aber nicht. Alter! Da ist noch immer drei, hier, 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 hier ist jemand gestorben im Haus. Oder? Ganz laut geschreien. Schreien. Mach einen, Jake. Oh, und wieder ab, da, schreien wir, wir haben uns mal angst. Da ist immer gestorben. Oh, zwei. Da ist immer gestorben. Äh, der war Stevie. Also, Eno. Stevie war Eno. Ne, ist ja geil. Äh, warte mal. Wer war jetzt hier? Teddy, warst du gerade hier, am DT? Kannst du den... Du bist doch nur noch da, Mann. Hey, ich bin doch gerade erst hergelaufen. Warum schießt du denn auf mich? Warum nicht? Boah! Als ob ihr allein mal mit allen drei Innos seid. Nein! Hörter mich mit der Melone noch. Ob ihr alle drei noch Traitor wart, das kannst du doch nicht sagen. Wir sind doch... Als ob die ganze Zeit drei Traitor. Wir waren alle drei Traitor. Alter, das ist echt scheiße hier, ey. Einfach draufsteigen nächstes Mal. Komm, die sicken Deagle-Clicks. Die sicken Deagle-Clicks. Ja, die sicken Deagle-Clicks. Alter. Ich kann gar nicht vernünftig glocken gerade. Wer ist das, wer ist das, wer ist das, wer ist das, wer ist das? Hallo, 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 hallo. Hey, sie hat es gut. Wer ist das denn hier? Scroll. Scroll. Ich brauche eine Waffe. Ich habe nur eine Remington. Das ist nicht viel. Entferne dich von mir, Arthur. Wer hat denn hier drauf? Die nehme ich mal. Tschüss, ich bin auch schon wieder weg. Alter, warum habe ich denn jetzt solche Flex? Waren es nur noch zwei, ne? Ich habe hier zu viel im Hintergrund offen. Das hätte ich lassen sollen. Alter, die hier sieht doch vielleicht sogar anders aus. So, gut. Au! Von dir etwa, Teddy? Hä? Hä? Warst du das? Hier liegen drauf drei Leichen. Immer diese Leichen. Wer lebt denn alles noch? Es ist alles so still hier auf einmal. Ich weiß es nicht. Du redest auch die ganze Zeit, dass ich jetzt rausfallen. Also mein Jack verfolgt mich hier die ganze Zeit. Ich weiß nicht, was der Junge vorhat. Hey, 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 hey. Ganz ruhig hier, ja? Wen haben wir denn da oben drin? Katsu, wamschi! Katsu, wamschi! Ja? 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 Okay So geht's ja nicht gut Was? Troll Du musst halt auch das Mikro anschalten, das tut mir lauf Das könnt ihr wirklich wieder sein, dass es wieder alle 3... Nein! Was? Boah, das war ja ein hinterelliges Spiel von euch Als ob es schon wieder drei Traitor waren Ich sehe einen Drop wie ihre Sniper und die andere töte ich mich Als ob es schon wieder drei Traitor waren Es sind immer drei Traitor Ich hab immer drei Traitor wiederbelebt Aber ich dachte... Das waren die drei Traitor jetzt Schmeiß dieses 2K weg und sammle sie wieder ein Oder war das aber nur lucky, dass hier zwei gerade zusammen umgelöst sind Das war ein Glück War richtig Weil das war so perfekt Sie droppt den... Warum hab ich eigentlich nur 904K, mach? Und du rotst mir einfach den Kopf weg Weil du's kannst Aha, weil ich's kann Und dann war's vorbei, ey Nein, weißt du Ah, Alter Alter Ich töte jetzt Traitor Nee, töte mich nicht Alter Atta Bro, das war gerade ganz schön irre Alter Atta 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 Voll geil Scrawl hab ich gemacht, sind meine tot Ja Sorry, tot Ich darf eigentlich gar nicht mehr reden Alter die Klappe du Ja gut, ich hab auch Schatten getötet, so besser? Ja, du hast mich meinen Schatten getötet Ich hab einen auf Lucky Luke gemacht, was? Was? Ich seh hier so ne Leiche rumlaufen Ja Ich hab Würfel geschossen, was ich mich selber schossen habe Ja Das ist Quack Nein Nein Hat kein Brain, ist das ich Nein Nein Brains Der Stevie und der Brain Der Stevie und der Brain Der Stevie und der Brain Was hast du denn für eine Waffe? Der Rifle Ich weiß nicht Ich hab Angst vor dir, dass du mich jeder dann wegnest Nein Nein Das würdest du nie machen Wo bist du denn? Warte ich muss Ich komm dazu Nee, ich will nicht, dass ihr beide hier seid Jo, komm ich geh weg So Ich glaube heute ist dein Internet nichts zu gebrauchen Okay, ich bin weg Ihr könnt hin Wir haben Waffe getauscht Pass Wer versteckt sich da im Auto? Willst du? Ich lass mich ja rufen Nicht in den Props verstecken Doch Bisschen mal ab hier Queen Was macht ihr denn da alle da drin? Meine Güte Alter Was ist denn da los? Was ist denn da los? Äh, hier liegt ne Leiche Ja Da hinten ist gerade jemand weggerannt Da hinten ist gerade jemand weggerannt Tu mir leid Hier hinterm Haus Alter Alter, du hast mich nicht getroffen Zum Glück Hier ist Stevie, hier ist Stevie Spray Wenn hier oben einer dritt ist, dann ist er Wenn einer an den Fissen steht, dann ist er Alter Ist er Alter Von da kamen gerade Schüsse Hier ist aber keiner Warte mal Hier drin auch keiner Okay Wo ist mein Spy? Hallo Irax Na, moin Na Wie geht's denn? Hier hinten liegt noch ne Leiche rum Immer diese Leichen Da ist er In meinem Keller liegt ne Leiche Ich bin's nicht gewesen Doch ich kann es nicht bewahren Gott, hör auf Okay Hast du bestimmt auch schon 6 Jahre alt oder so, ne? Ah, ewig auf jeden Fall Was? Da liegt noch ne Deter Da liegt noch ein weiserer Tote Aber ich weiß Ich hoffe nur nicht Da hat er den Deter getötet Ah, getötet So, das macht man nicht Irgendwie sind einfach Mindestens 5 Leute aufm Stück Da schießt jemand Da schießt jemand Da sind drei Leute Hier auf mich Ja Ja Hey, 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 nicht auf mich schießen, Leute, ich gehör zu den Guten Ja, genau, das können die da sagen Ja, hast du schon, hast du das Gegenteil zu beweisen hier? Leute, nicht auf mich Ah Mein Gott, schieß die schlecht, die Warf, ich brauch was anderes Warte mal, die ist doch gut Au, warte mal Du So, die war dran Das kann ich nicht sagen Was, Jimmy, ich wär grad, ich wär beinah wiederbelebt worden, was ist da rum? Ja, weil ich mir gedacht hab, äh, warum nicht einfach die alle hier in der Ecke snipern? Ey Jetzt bin ich als Traitor wiederbelebt worden, wo die Runde schon gut ist, cool Er schafft das auch nicht irgendwie meinen Trafford-Skill, oder? Ich habe Adda umgebracht und Katsu Und die Schuhe-Rutsch, die will ich nicht geholt werden Ich hab dich geholt, ich hab dich, glaub ich, weggesnipert Ich will die Schuhe-Rutsch nicht Ich auch nicht Direkt nach Adda hat Katsu in meine Richtung geschossen und mich nicht getroffen und sich entschuldigt Die war vernehmlich, die ist okay Wer hat das gemacht? Einen Iron Smoke geworfen, warum auch immer Ich hab auch nicht gesammelt, Alter Ich bin mir entschuldig, weil sie auf mich geschossen hat Nach B, ich Adda umgebracht Lotte 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 Was? Lotte 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 ist das verpackt gerade oder warum krieg ich es nicht eingesammelt weil auch dein Slot schon was ist, soll ich dich gleich töten oder später nachher traiten? ich hab nichts im Slot drin, aber passt schon ich hab noch nicht meine richtige Waffe wow ich hab auch nur ne Remington ich hab ne Striker, ich bin Indo, also ich brauch keine richtige eigentlich ich hab gerade ne Shotgun gefunden, ja ich bin immer Traitor, weisch ich ich hab gewonnen weischisch, 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 weischisch ja ich hab ne MC das sitzt da oben drauf, ist quack ich hab keine Angst, ich hab gewonnen ich hab auch ne MC, glaub ich oh wer hat geschossen, hier hat jemand geschossen ja ich hab geschossen, das Fenster kaputt ja genau, das kann ich auch sagen das ist schon mal ne Shotgun, ich brauchte mal ne richtige Waffe Arta, ich lau mit dir rum, ich bin Traitor weist du warum er es macht? weil ihm Scherben Glück bringt ja richtig ja Quatsch, das sind die Fehler, ich bin auch völlig mit ner Stocker hinterher dran, oder was du da an der Hand hast ok, Arta, los geht's ich hab doch daneben, neben dich gehalten, also was würdest du dir fragen? ja 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 ja, wer steht denn da obenrum? Wie wird er auf mich geschossen? Ja, aber schüss. So, Squall, du darfst Fleike abknallen. Ja, ich töte Fleike auf jeden Fall. Wir haben Leichen. Du weißt wen? Fleike? Was? Leichen? Wir haben Leichen? Oh, geil. Äh, Atta hat gerade wieder einen kleinen Disco, also... You know? Ja, toll. Der Prench. Harry Potter. Alles klar, ich hab ne Leiche gefunden. Er wurde mit... Ja, ruf mich auf da hin. Na, AR... Äh, AR... AR-15. Ja. Ja. Ja, du komm ich auf da hin. Hab ich. Ja, Atta, der ist direkt hinter dir im Haus. Hey. Hier im Haus liegt noch ne Leiche rum. Äh, Kazumilla? Welche Waffe hast du? Weiß ich nicht. Bibi. Du elender Traitor. Dann bleib mal so stehen, bitte. Warum? Ey, nicht auf mich schießen. Du hast hier noch eine Tötung. Ich will Hilfsche... Ich irgendwie befürchte, dass es ne AR-15 ist, weil die so die verbuggte Textur hat. Klapp mal. Klapp mal. Klapp mal. Der darf nicht reden, er ist innocent. Und jemand hat den Deathringer. Wie, ich darf nicht spielen. Der darf nicht reden. Sprawl. IREX. Bist du alles tot. Nee, Stevie. IREX also, ok. Stevie! Stevie ist es. Wenn du meinst... Pfff. Katz war Traitor. Katz war Traitor. Du jetzt nicht, wieso schießt du das auf mich? Achso, du warst doch, oh fuck, du warst ja confirmed. Wieso schießt du das auf mich? Oh, du warst ja confirmed. Das ist doch nicht wahr. Jetzt habe ich keine Muni mehr, ihr seid doch. Schön ist, mit dem ganzen Paket, was ich immer mir als Traitor zusammenhole, da kommt man echt gut weit. Und Atta, du hattest von vornherein die ganze Zeit recht, weil im Slot hatte ich den Deathwinger, deswegen konnte ich nichts einsammeln. Den kannst du mit Glorion auch rausschmeißen. Ja, aber den wollte ich ja nicht rausschmeißen, weil den brauche ich, dadurch habe ich mich ja zweimal schon retten können. Wie, du hattest so luck, dass die anderen gedacht haben, dass ich dich umgebracht habe. Ich weiß. Das war das so geil. Das ist so geil, das ist so geil. Ich habe mich absolut nicht. Ich habe gefühlte fünfmal, Sevious Traitor, Herr Deathbringer. Mein Check hat mich damit gesehen, Earth hat mich damit gesehen, beide haben meinen Namen gesagt, keiner sagt. Alter! Boah, schießt auf mich. Dete Willkür. Dete Willkür ist erlaubt. Dete Willkür ist erlaubt, ah ja. So wie ich das übrigens richtig sehe und sich das nicht verlängern könnte, müsste das die letzte eventuell sein. Alter! Ja, Earthbreak ist toll. Achso, sorry. Das habe ich übrigens gesehen, Teddy. Äh, ach Gott, da war der Earthbreak getötet hat. Headcrap Launcher, ne, was ist denn das? Der war jetzt... Ja, ist halt... Ahn, Alter! 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 Meine Scheiß Karma geht so... Alter, ne. Du musstest jetzt Karma Verlust dadurch haben. Na 807, Alter, das kann doch nicht wahr sein, Mann. Wieso hast du jetzt nur noch? Ist schon von vornherein oder das? Wie viel habe ich A? Ah, Steve ist tot, hätte ich mal gesagt. Steve, wie viel hast du denn nochmal? A? Und wie geht es weiter? A? A? Ja? Nein, 174! So! Sind irgendwie alle in den Augen gestorben? Jo! Das heißt, das war's jetzt mit der Folge, oder? Richtig! Ja, das war also eine weitere Folge... TTT. Mit den Verrückten hier, die ihr gerade seht. Und bei den anderen auch, wenn sie Tab drücken. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, dann lasst... Alter, alles klar. Dann lasst einen Daumen nach unten. Schaut was Schönes in die Kommentare. Und vergesst natürlich nicht zu abonnieren. Die anderen sind in den Beschreibungen drin. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ciao!